Tutorial. Der bleibt dann da dran, seht ihr das? Wunderbar, oder? Ist von Cartesian oder so, heißt die Marke. Link machen wir in die Beschreibung, wo man das bekommt. Man muss halt immer ein Trinkpäckchen dazu kaufen, aber das kann man ja wegwerfen. Wenn ihr sowas da habt, dann könnt ihr einfach so... Super Tool dafür. Das ist also pünktlich. Kann man auch immer wieder verwenden. Kauft man sich einmal, hat man fürs Leben. Richtig schön. Das hast du jetzt schon fast 20 Jahre, ne? Der Dreck kommt dann auch da rein und irgendwann ist das voll. Dann muss man das halt voll machen. Man kann es einfach so durchpusten, fertig. Wenn du auf Dreck stehst... Ja, wenn du auf Dreck stehst, kann es auch. Ja.